Hallöchen Nachbarn Willkommen zurück zu Let's Play Contagion Mit dabei Diesmal andersrum Alex Moin Und die Nudel Hallo Nimmst du schon auf? Nein Ich doch nicht Kursen auf die Idee Ich spiele den Alkoholkrankenkopf Ich spiele den Typ aus der Spezialeinheit der mit dem Hammer rumläuft Ja mit dem Hammer musst du eigentlich musst du Toni spielen Wir hatten Hammer sein Porträt Nicole Ja Oder Lorenz Lorenz ist auch cool Ich glaube ich spiele Lorenz Dann tut mich keiner mit einem Zombie verwechseln Wobei Niklas halt nicht zu krass Ich spiele mal ne Frau Mike Will ich mir nur auf den Popo gucken Die stillen viel besser Okay Ich bin schon da Ich bin schon da Beseit ihr? Das Alex Das ist Konnektur Müll machen Und ein bisschen zu genommen war Nicht? Ja Ja ernsthaft Hab ich echt Böck 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 mit 9 ach ja jetzt nehmen wir erst mal wir verteilen später ich hab keine Lust mich hier ewig mit aufzuhalten hier irgendwo mann 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 kann doch auch die normale Waffe einfach die Muppe rauszuschmeißen irgendwie jetzt hingeschmissen ach da halt schon da und dann hier hat deswegen die ganzen Pocket Lights hier rum kommt man da noch mal ran oh kacke die von der Seite so irgendwie ich sehe es halt nene nein du sagst nicht man kommt nicht heran ne Prozent Prozent unerreichbar er hat kacke jetzt wird uns schon mal naja denn lasst mich mal wieder ein bisschen rumgehen hier mit dem Facebook Schläger, Hauptsache wir finden eine Feuerangst, ich will mal mit der Feuerangst hier ist noch mal mp5 und noch mal Dings und noch mal dann nehme ich jetzt mal die mp5 einfach mal mit da ist noch mal Dings, dann nehme ich noch mal die Luke ist noch mal, ich nehme für dich noch mal Dings mit Neuern doch ich war noch mal Munition entladen, wie war das nochmal? äh ich hab's auch, uh, Unload warte hat die oben schon einer geguckt? ne, die bist du nur da draufgekommen, hier ist deine Pumpe ich war ernsthaft, die bist du da draufgekommen, na die Leiter da, hoch springen die Leiter was für ne Leiter? na die an der Seite, diese Trittbretter, ich die ne? Maik, gehst du mal kurz beiseite? nein, bei mir sind keine aber du bist richtig ja komm ich, ich schmeiße die Wache, also so warte, ich bin da wir liegen hier alles rum, war das recht, was ist das recht? mag nur Munte? Munte für den Ingo? da ist schon ein Zombie, ne? ja, dann nehm ich die Munde für den Ingo mit lol hast du gesehen, wie ich den Kopf zersplittert hab, Alter? Guck mal, da ist keiner mehr da das ist echt komisch, weil auf der offiziellen Map, da kommt man einfach hochlaufen, ne? wie gesagt, wenn ihr ne richtig klügt, dann kommt man schon nicht ist ja auch wieder ne Leife ja okay, hier ist nochmal, hier ist nochmal Schrotplinte, hier ist ne Zange, was macht denn die? oh, dann kann man zuhauen okay, das, äh, Ingo ist Ingo nimmst du die Mumpe mit, ich hab die andere Mumpe für dich mitgenommen okay habt ihr alles? wisst ihr, was das bedeutet, Maze? Guckt euch die Scheiße mal an! ja, dafür Place heißt Labyrinth, Scheiße ja, immer, immer links laufen, ne? ja, immer, immer in eine Richtung laufen, dann kommt man automatisch, äh, entweder zum Ausgang oder wieder zum Anfang ey, Ingo, lauf mal wie du vor hast ja, aber ihr leuchtet, ne? klappt das nicht mit Pocket Light gleichzeitig? ne ne deswegen, ja, wer hatte der erste ne Map boah, fuck man kann übrigens der hatte der erste ne Map, da ist er mit Nahkampfwaffe und Dings rumgelaufen und Taschenlaufe gleichzeitig man, äh, kann übrigens, äh, infiziert werden, ne? ey, sag mal ey, sag mal ich kann mit dem Baseball Schläger jetzt Taschenlaufe anmachen ja, ich kann doch echt? ja, guck mal ist das neu? bei mir hat er ein Lichtkegel wie geht das? einfach auf, äh, einfach Taschenlaufe drücken bei mir geht's nicht weil er es Pocket Light dabei hat doch, es geht doch ja, aber der sieb ah, okay, da hast du aber wirklich nur den, ähm, äh ach nee, doch, ja, doch, genau, ja, okay ich wollte gerade sagen, da hast du nicht den Lichtkegel selbst sondern nur das vorne, aber das passt ja eigentlich also hier lang geht's schon mal nicht, wir müssen hier lang, okay Alter, man sieht so wenig äh, immer links, immer links das heißt so und dann gehen wir hier links jetzt gibt's zum Beispiel jetzt Loot es ist so dunkel, ich seh nix so, hier, erstmal gucken, was gibt's denn hier einmal normale Mumpe, zweimal, dreimal... mit Pistole, ich nehme die Pistolenmumpe ach Leute mehr brauch ich doch nicht, der Rest ist doch eh euers ah, hier, guck mal, hier ist noch was was ist das hier? ja, deswegen, wollte ich doch jetzt erstmal nachzählen, was wir alles hier haben ach ja, nehmen wir jetzt noch was, wo ist denn Luca? ja, geh mal weg, ich seh nix ich hab noch keine Ahnung, wo ihr seid eins, zwei, 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 drei mal Pistolenmumpe ach, da war ich hier hinten dran hat er nicht gesagt, immer links ja so, nicht hier reinlaufen, ihr bleibt jetzt hier weg so, wir haben ein, zwei, drei mal Pistolenmumpe wir haben einmal die Colt, die nehm ich schon mal hier ist nochmal, äh, Schrot, ich nehm schon mal die Schrot, okay genau die Pistole hat Alex entladen, glaub ich, ne? so, dann nehm ich jetzt nochmal normale Mumpe dann hab ich 15,94, das ist schon relativ viel ich hab die Snipermumpe mitgenommen, hab ich vorhin schon zwei sehr gut also, das war zwei Snipermumpen, wo diese Patronen aneinander gedingst sind ja, genau was, was, was habt ihr an Pistole, Muni? 64 ich hab 15, 15,78, den nehm Lukas jetzt zweimal, dann nehm ich bei mir ne, eine reicht, ich hab ja noch meine Mossberg naja, okay, dann hab ich 5,93, der nehmt Mike wieder als nächstes, dann ist gut, los geht's aber warte wie wär das mit links vorlaufen? ich wollt grad zuhauen, Lukas, komm mal her, wir kamen jetzt von hier und da kamen wir, genau deswegen gehen wir hier nach links links geht nicht links geht nicht weiter, also dreht man um und geht weiter und läuft weiter links und dann geradeaus deswegen gehen wir jetzt nicht hier nach rechts, sondern wir gehen weiter ja da liegt noch was hinten also es gibt ne, 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 bolzenschneider, soll ich nen Bolzenschneider mitnehmen? ich kann ne mitnehmen, ich hab noch Platz irgendwo der hat da geschossen ne du Lukas oh, verdammt, mein Touchschild war noch aktiviert warte ich nehme schon mal die Kolbenmumpen, wir haben hier noch wir haben noch ne MP wir haben Snipermumpen ja, warte mal, äh, Lukas, nimm erstmal die, ähm, Schroppflintenmumpen und die Snipermumpen ich nehme mal die Kalaschnikoffmumpen, oder? ey, Schroppflinte ist voll, Schroppflinte ist voll so, dann nehm ich mit so, warte, Snipermumpen, guck mal was ich kann hab ich ich entlade mal die, äh, Dings, ne warte mal hier, weg damit das, äh, anloh nehm auch noch ein Paket normale Mumpen, nochmal so, hier hinter Mike, Mike, da stehst du drauf, hinter dir noch zweimal normale Mumpen ich hab 94, Schluss ja, ich hab 93 ich hab, ich bin voll, ich hab 150 ja, dann nehm ich die einmal, dann nehm die 97 und das ist dann noch einmal, vor dir, äh, Lukas soll ich die nehmen? ja, nehm nur, da ist gut beziehungsweise, ich könnt ja auch die MP5 noch mitnehmen, ne? Ach ne, die müssen sich erteilen ich dachte grad, ich könnte da noch ein bisschen mehr damit nehmen, aber jetzt ich höre da ein da hab ich geschossen ich bleib mal so ein bisschen beim leuchten ich hab irgendwie das gefühl dass man mit dem Pocket Light relativ viel sieht geradeaus so ich erstmal ja ja lenk nämlich da geht's doch links weiter ich passe so ein bisschen hinten auf ich versuch's zumindest wo ist denn der Hingo? ah der schleicht! ne ich geh ganz vorne hallo ich will nicht der erste sein der Eingewisch kriegt glaub hier ist ne Sackgasse oh scheiße Sackgasse? ok umdrehen umdrehen und legen und dann wieder links und links jetzt kommen wir nämlich automatisch hier zu dem zu der Abzweigung so erstmal gucken Zombie? Nein rechts auch kein Zombie also gehen wir weiter nach links das funktioniert auch in echten Labyrinthen ja nie ist klar das ist ja nur eine Simulation von einem echten Labyrinth das kann ja nicht unterschiedlich sein ne ok umdrehen ok umdrehen ich kann gerade nicht sagen wir müssen nur Luke beschützen dann müssen wir zurückgehen nö nö alles gut ich bin noch so weit hinten ich häng bei der Abzweigung fest ich bin die Ausbildung gerade ausgelaufen so dann muss ich nur noch den richtigen Weg finden und dann ah ich leuchte extra was gesehen? doch jetzt kommt aber warte ich bin links gelaufen ich hab dich nicht gesehen ah Doppel kill ja das ist ja hier Ingo Unruhe du bist einmal anders rum gelaufen ok also hier ja Linkfalls ne naja aber ich hab dein Licht das schon einmal gesehen mega kuckk OK Man kann aber übrigens den Zomis auch die Beine wegfallern und so ne ja ja haben wir ja schon gemacht also die KI auch OneShotten ganz normal was ich dachte wir müssen links Ja, aber wir gehen jetzt erst mal ein bisschen erkunden und gucken, ob sie was geht. Ja, wir sind ja weit genug links gegangen, damit wir jetzt hier ein Haus gefunden haben. What? Ich hab hier rumgurgelt, ey. Alter, es ist mir ehrlich gesagt zu dunkel fast. Krass, ne? So, ich geh hier die Treppe hoch. Ich bin wieder hinter dir. Hinter euch noch. Wat? Oh, was darf hier oben, Mike? Hier ist eine Radiostation. Ja, hier ist noch ganz viel Mumpe wieder. Und ich hab Angst, dass die hier von den Seiten hochkommen können. Die kommen hinter uns. Hier. Medikid und Bomben. Hallo, Mann. Haft. Hier ist ja ein Foundersion. Ach, da kommen die! Ja, von überall. Ja, ja. Da kommt auch noch einer. Da kommt noch einer. Dann schenkt auch noch nicht gerufen. Hier schenkt die andere Seite die Treppe auch ein paar hoch. So wie es gibt hier Bomben, ne, ich ne? Die Mann kann hatten mit... Ich kann nicht mitnehmen, weil ich mit dem Platz habe. Da ist noch einer. Wieso treff ich die nicht? der extrem kurze Reichweite der Schiffspielschläger könnt ihr auch mit dem ja ich nehm hier schon die Missionpistole ja ich hab da auch nix gesehen boah, nimmst gebellen also die dunkelte Ziele ist ja mal richtig wo's ein medkit aber benutzen weil hier ist ne was ist nix ich kann immer noch keine Schrottchenmumpe mitnehmen boah, alter alter, wir können alle nicht treffen ja bei dem du siehst ja Kim und Korn nicht richtig bei dem Licht oh fuck ich hab jetzt mal das Ding da ne ja, mach mal hier gibt's übrigens noch Schnellfeuerwaffen und hier ist die Sniper ja die Sniper nimm ich ne hast du gestartet? äh, ich hab mir nochmal Mumbo geholt hier äh, die AK, wo sind die jetzt? hier, bei mir ich heil mich mal kurz, ja ich hab noch 70 oder so hinter dir oh fuck, falsch war ja, ein medkit genau könnte ich mal mitnehmen ich schmeiß mal Pocket Light kurz weg oh, weißt du welche was es hier vollbringt? die Sniper die Sniper gar nicht hallo, das ging jetzt an oder nicht? ne, ah, jetzt ja, was sagt er jetzt? oh, wir müssen wieder zurück in den Dings in den was? ja, hier ins, äh Labyrinth ok, alles nachladen äh, umgucken Leute wo ich nur mitnehmen wo ich nur mitnehmen wo ich nur mitnehmen warte, wie viele gibt's denn hier? so, alles nachladen einer nach dem anderen so, ich nehme hier nochmal die ach, hast du grad AK? ich hab, ich hab nen M4 so, ich hab nen M4 so, ich nehm den hier nochmal die hier liegt unter mir liegt noch Mumpe habt ihr nachgeladen? ja, ich bin gerade noch am verteidigen hier aber ist alles nachgeladen, ich bin auf eine Pistole, ja? oh, dann lade ich jetzt nach oh, fuck, da kommen gerade so viele ich bin gleich down ja, shit ach, hier ist auch ein Heavy ich hab gesagt, ein Ding ist ja, ich mach den Heavy ach so, ja, Neustart ja, warte mal, jetzt geht's mal verteidigt euch auch die Karte war richtig kacke ja, ich hab keine Mumpe für das Ding shit welches Ding? schnell Feuerwehr Maik hast ne Granatisch manchmal runter hier unten ja, hab ich schon was wohin? genau hinter dir, unten am Treppenaufgang da stehen die alle und kommen nicht runter ich seh nix dann haben ja ja, jaja es bin ein vier 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 Was ist das denn? Was? Die Witzler? Wenn ich jetzt blicken ist, dass man ein Gang hat, kann das sein? Das ist ein KI-Bug, wenn du hier oben drauf stehst, Mike. Mike? Ja? Komm mal her, was ist das hier für Munition, wo ich jetzt gerade drauf stehe, wo ich drauf bin? Das für die Colt. Okay, jetzt hab ich meine Colt. Oh, okay. Irgendwo muss die in uns liegen. Das ist so kacke, dass man nichts sieht, ey. Schau mal. Nein, du hast dich gerade umgedreht. Was ist das denn? Schau mal, kommt ihr mit dir? Oh! Nein, ich muss auch laden! Nein, nein! Kacke! Hab ich dich gekriegt. aber jetzt haben sich was sehen die geile ja mit dem ich kann auch brüllen du denkst damit damit du dir leute die dir folgen schnell raus bevor ich gestöte dich das ist das hat spaß gemacht du bist ganz raus dann kommen wir wieder mit rein hier so halten wir uns nicht lang hier auf oder hier ist ne AK du musst weg hast du ne neue Karte aufgemacht ne die mal selber wir machen die scheißkarte ja wir sammeln jetzt oben den scheiß ein ohne groß rumzuballern und suchen einen Eingang zum Bunker äh das ist ja schon wieder ein Baseballschläger soll ich den nehmen oder was grab this weapon ja nimm ruhig mal mit und auch die AK ey der liegt diesmal gleich ne AK neis so Lukas bleibt bei der Pumpe ich hab die Pumpe ja ja dann nehm ich nachher die M4 hier ist doch ne AK und Pumpenmunker ja dann nimm sie noch mit die AK ne ich hab doch schon dann kann ich den Mund noch nehmen AK und M4 haben dieselbe Munition mit Wayne ach so was eigentlich normalerweise nicht ja da schon aber ich habe aber keine keine Flashlight bei dem Ding hier ne hier kannst du haben äh hast du bei der anderen einen Flashlight Mike? anyone need a weapon? just found one just found one ja ja AK M4 ganz viel und äh Magno Mike ne die Magno hab ich jetzt nicht dabei da kriegst du eh kaum was rein ist total scheiße eigentlich und die hat doch nur sieben Schuss im Magazin ich nehm die eigentlich immer nur äh weil ihr die anderen Waffen habt für die fetten oder? sind die bestimmt besser ich hab äh im Steamforum äh gesehen hier ist noch ne Pumpe ja ich kann man und ähm äh der Scharfschätzt im Moment äh ich hab im Steamforum Entschuldigung ich hab im Steamforum geseehen da haben sie mit vier Mann äh 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 in Heavy genau die heißen natürlich auch offiziell Heavy das find ich gut ähm äh äh ich hab immer drauf überm Kreis rennen und drauf wollen wir jetzt mal rechts lang gehen? so ein bisschen Abwechslung hör mal bei mir funktioniert die Taschenlampe nicht wenn ich jetzt sie hier hast du auch denn dabei? wow! hätt ich ne Flashlight aufheben müssen am Anfang? ja natürlich also muss ich nochmal ne Flashlight holen oder was? ist im ersten Wagen bei einer ah ich lauf nochmal kurz zurück ne ist das doof warte ich kann dir auch ne Pocket Light legen ich hab doch eh keine Nahkampfwaffe komm zu uns ich schmeiß her ey äh warte mal dann komm ich zurück rechts lang der ja hier wo ist denn jetzt hingeflogen? genau unter dir ach ich hab einfach die gespampt und dann passiert so ich lade noch interessant nein ja ich steh vorne ne K K ok jetzt nicht weiter so ich wieder vor wenn du willst ja ich bin Nahkämpfer natürlich ich geh vor hallo das ist mein Job natürlich gut aussehen und vorgehen ne weil es gelockt mich noch nicht sterben am Alkohol ne was kenne ich dafür dass du dich dazu zu machen lässt macht kein Spaß mehr in der Kämpfe zu ziehen und wirken so rechts ne noch einer Staggasse, umdrehen, rechts. Wo bist du denn schon wieder, Lukas? Ich bin immer rechts gegangen. Nein, bist du nicht. Du bist falsch gelaufen. Nein, ich bin da, wo Ingo ist. Verdammt. Ich bin richtig gelaufen. Fast richtig verwehrt. Wieso stirbt der nicht? Habe ich nicht lang genug ausgeholt? So, Mike, jetzt musst du wieder rechts rum sein. Hier lang. Mike? Mike, warum geht ihr zu da lang? Wir müssen hier lang. Da war der Lukas gerade eben. Der ist ja auch weitergegangen. Er hat gesagt, wer der Sacker ist. Ja, ja, aber da ist eine Sacker. Ach so, Entschuldigung, okay. Dann ist er hier und dann hier. Oh, Mann. So, erstmal gibt's hier was zum Looten. So, Pumpen-Mumpe. Einfach alles mitnehmen, wir haben doch sowieso da nachher auf dem Dings. Da ist ganz viel Mumpel für Dings, ne? Ah, geil. Hier ist, äh, hier ist, wir brauchen einen Bolzenschneider. Nein, wir haben keinen Bolzenschneider diesmal. Ja, der ist oben auf dem Dingsdruck auch. Nein, wir hatten das letzte Mal, hatte ich von vorher einen. Echt? Ja. Ja. Oh, müssen wir jetzt einmal komplett durch... Also, die Karte ist scheiße, Mann, ey. Äh. Ich glaube, ich brauche keine Nahkampfwerfe mitnehmen. Jetzt geh ich mal links, haha. Ja. Nein, die muss weiter nach rechts. Oh. Von links. Da ist einer rein. Äh, ja, das gibt's auch Sinn. Okay. W-fuck, ey. Mal laufen wir nicht gerade im Kreis. Jetzt nicht mehr, jetzt sind wir wieder rechts abgebogen. Oh, hier ist ganz viel Mumpe. Einfach alles einsammeln. Oh, scheiß Revolver. Ja, den Revolver kannst du mir mal geben. Ich hab nämlich für die normale Mund... Keine Munition. Oh, wenn ich die jetzt mal wegschmeiß. Oh, ich glaub ich hab alles... Oh, ne, hier ist noch was. So, das macht Colton und ich glaub ich hab alles aufgesammelt. Ich hab hier eine Box von Bullets. Wo ist denn jetzt meine normale Pistole wieder? Hast du die weggeschmissen? Naja, weil die so wenig Mund hatte. Hab ich mir einen Revolver genommen. Aber der lädt ja ewig lange nach. Vor allem hat der Revolver keinen Flashlight, oder? Doch. Fuck, mach mal einer was. Der Revolver ist immer richtig schlecht. Das war die blöde Idee von allen, ja. Hat doch der Mike gesagt. Außerdem hab ich doch auch schon den Revolver die ganze Zeit. Also das ist toll. Ich hab dich ein bisschen erschrocken, ey. Das hat man gemerkt. Bei erst in die Prust, dann essen wir den Kopf. Sehr gut. Wie bei Leon gelernt. Ne, nie in den Kopf, heißt das. Äh... Wer waren das immer? Habt ihr... Dings geguckt? Ah... Collateral? Hinter uns. Hier ist wieder ganz viel... Hier ist ein Bolzenschneider. Ich nehm den mit. Müssen wir jetzt nicht wieder da hinkommen, wenn wir links, links, links gehen? Ist hier Colt Mundball? Einfach alles einsammeln. Alles einsammeln muss, was geht. Super, jetzt hab ich ne AK ohne, dass ich was sehe, ey. Gott, ist hier nutzlos. Oh Gott, ist hier nutzlos. Wollen wir denn zurück, oder wollen wir hier? Hier geht's eh nicht weiter. Ja, ich bin hier zurück. Also immer jetzt links, oder was, oder? Ja. Oh Gott, wenn wir das finden, oder? Komm, lass mich vorlaufen. Ach, dran. Ich hab' mit mir geübt... Ich hab' mit mir Angst. Ich hab' mit mir da hinkommen. Ich hab' mit mir geübt. Ja, ich hab' mit dir nicht dazu. Ich hab' mit mir gespönt. Ich hab' mit miral Macken, ich hab' mit mir geübt. Ja, ich hab' mit mir geübt. noch einer noch mehr Jörg und durch da kommt noch eine wir machen was war er noch 0 nur bei einem anderen und er will aber nicht nicht Mike Wolling und durchgelaufen den bieten also verbarrikadieren ist immer schließlich in dem Spiel er stand einer von mir so ein Trick aber wir bekommen haben die keine Luft das klingt noch richtig viel hier na komm so hier war das auf jeden Fall ich glaube wir müssen jetzt hier links wieder rein oder noch eins weiter hier sind ein paar tote bei mir verschwinden die Leichen ich klemm grad fest irgendwie ach weil da noch ein Zombie war sag mal wo seid ihr jetzt ich komm ich komm siehst du nicht kickel ich hab hier grad mal so sechs Zombies im Nahkampf platt gemacht ja sehr schön ich hab zwei Ruhr sie will in der Sonne Waffe das Problem ist wir haben jetzt aber nicht Prozent das Dach gefunden das Dach egal hier ist noch eine Schrotflinte wo hast du einen gefunden und hier die Mumpel ja nehmt mal mit ich bin vor allem nicht noch aufgrund von Baden auch eine coole Schrotflinte warte mal die müssen wir mal angucken und zwar wo wo eine Doppel und ich hab keine äh Ding nein so ne Scheiße ach jetzt habt ihr die andere Seite ja die hat keine Lampe wie hier eigentlich die Akamut mal mitnehmen ach schaffst du nicht ne ich hab mit voll krass das Ding ey ich nehm sie mal als Notfall mit so scheiße ey jetzt das Komplett umsonsten hierher gelaufen komplett zurück und dann können wir laufen einfach mal quer durch die Welt denn sie haben wir verstanden wir müssen in den Mitteln wie auf das Dach da das Ding aktivieren sie hat der Schaden nicht mehr gemacht ich hab den so eine verpasst da ist es doch das Dach das Dach lass mal nach links gehen und dann nach rechts hinter uns kommen noch relativ viele ne ach das warst du Mike? hast du mich verguckt? jetzt gehen wir wieder weg das ist kacke ich merk's auch gerade ok zurück 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 noch eins weiter ey man kann bestimmt irgendwie die Scheinwerfer da anmachen oh das wäre so gut ey ach dafür vielleicht den Generator merkt euch mal aus welcher Richtung wir kommen links geht's bestimmt rein ja hier ist der Einge ey lass mal auf die Karte gucken gerade Chris es gibt vier Generatoren vier ja ja ok wir gehen aufs Dach aber wir müssen doch den Bunker noch finden ne hat er doch gesagt ok wir sammeln äh bevor einer das Ding anmacht sammeln wir erstmal das einen jetzt hier einer sammelt zwei gucken ich kann ja auch einiges noch hier lassen ohne normale oh hier ist ne Machete was ist besser Machete oder Baseballschläger keine Ahnung das beste war wie vor Sledgehammer ja aber was ist jetzt eh das beste nach dem Sledgehammer und dann danach und so weiter so ne Reinfolge halt gibt's hier ne normale Pistole die ich mitnehmen kann stimmt wenn ich diesen Scheiß Colt loswerd ich glaub hinterher also ich find hier nur ne Schrot ja warte warte wie hast du alles einsammelt Lukas? ja so dann hol ich den jetzt WTF wer ja beeilt euch bitte fuck jetzt haben wir oh jetzt auch hinter mir ich kann mich aller Seiten abdecken boah ey der bericht sich irgendwas aaaaaaah WTF Leute die sind echt scheiße ey wie sind scheiße aber ich treff mit dem scheiß hab er nix mehr alter ich seh auch nix wegen dem Licht mehr ich suche immer noch ne normale Pistole so jetzt holt sich einer erstmal ein Medkit stellt sich hier oben hin neben mich und verartete sich ja Lukas erstmal nö nö ich hätt mich jetzt noch nicht verartete ich hab noch 60% das hebe ich mir noch auf so ich hab jetzt ist sie sauer wieder ja ok dann dann wenn ich jetzt nochmal mein Baseball dann nehme ich das scheiß so ich drücke seid ihr bereit nein du sollst hier links gucken hm no that's just sad denk dran die können auch hinter euch kommen ne die können nur von rechts kommen so ich mein Weg ich geh nicht mehr mit den Nahkampfer vorum das macht keinen Sinn mehr damit hier war ne scheiß Schrotflint ich hab die weggeschmissen da ist er ok ok habt ihr sie zwei ja ja ich bin auch ziemlich haben alle ich bin auch fast auf Munizien ne weil sie uns auch nicht so gut ich suche nur ein bisschen gibt es ja noch normale Pistelmund ja wo wo du das glaube ich steht nein wo Ingo draufstehen dann gut da haben wir auch drauf doch da wo du standest so darf ich jetzt oder sollen wir weiter verteidigen soll ich jetzt ich gehe jetzt mit AK oder ne du hast sich mehr vor allem ist noch zwei andere Leute oder ich bin glaube ich infiziert bei mir wird alles gerade langsam das kann gut sein das kann gut sein das kann gut sein ja zeigt mich rein und vor der Infektion weiß ich nicht weiß ich nicht ich versuch's mal ich schau links äh Alex rechts das bullshit hilft nicht die die jetzt mal drauf oder was nö bei mir ist alles nur langsam das ich bin wirklich von ZOMBI geworden, wie geil ist das? du Bastard, immer ja dann müssen wir jetzt mal hier weiter, oder? na warte mal jetzt, dann muss ich dann muss mich nochmal heilen, denn er hat mich eben halt tot geprügelt hinterrückt der Asi, ey ey ich bin in ZOMBI, liest dir keiner die Beschreibung ja Mike, dann mach an und dann hauen wir ab, oder was? versuchen wir zumindest na los geht's denn, du läufst los nicht laufen daher wohl so haben wir den Generator jetzt angemacht, hier passiert doch nichts oder müssen wir noch einen Lichtschild erfinden, oder? jetzt müssen wir den Strom einschalten hast du ne Ahnung wo wir lang müssen? ne ne vor allem wo jetzt ist Lukas doch hier rumgegeistert, ey das war er doch, das war er doch bestimmt fuck, ich sehe jetzt NEIN ja das war er ach kacke, wie soll ich es euch jetzt wieder finden, ey hast du dabei? er muss jetzt nen Channel wechseln, das ist unfair ja warum denn? auch als ob ich hier irgendeine Ahnung hätte wie geht das Ding an hier? das muss man eigentlich machen jetzt seid ihr beim Generator, toll, weiß ich muss der Generator, nein ne ne, wir müssen, wir müssen in einem Bunker, steht auch auf dem Dings hier wir müssen jetzt schon zum Bunker, oder was? ja das hat so ein bisschen was von Jurassic Park ey, ich hab nen Generator gefunden hehehehehe so, ich hör euch, ich hör euch, das ist gut hier geht's nicht weiter ja fuck Leute, die zwei Hände sind ich bin tot, ich bin an der Klappe gewesen, mein ich hab alle drei Hände gefunden, bitte alter was ist das für die Hände? oh crap, oh crap oh crap oh crap oh oh nein nein bist du auch eingesperrt? nein man bist du auch eingesperrt gewesen, oder was? das war einfach zu viel ey oh ey, das ist ja nicht schaffbar, wenn die da so viel kommen ja, die sind um die Ecke gekommen ich wollte umdrehen und da war alles voll ich war eingesperrt, das war total ok dann würde ich aber sagen, benden wir erstmal den Part hier und spielen dann die anderen Map also, mach's mit Nachbarn, ciao adieu zahlen wir dem mal alles hin hin Bis zum nächsten Mal.